Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern Abend kam dann die Meldung raus, dass Marco Antwerpen möglicherweise vor Norbert Schalke 04 steht als neuer Cheftrainer, aber da ist wohl doch nichts dran. Die DPA hat ja schon mit relativ vielen Details das Gerücht gefüttert, der Jahresvertrag soll er bekommen. Ab Sommer war Schalke unterschreiben, Liga unabhängig womöglich auch, aber wie Sky berichtet, aber auch nochmal andere Medien, ist da nichts dran. Marco Antwerpen wird nicht neuer Schalke-Trainer. Und allein das Gerücht zeigt natürlich mal erneut, dass natürlich die Suche bei Schalke läuft nach einem neuen Trainer, dass natürlich auch irgendwann im besten Fall ein neuer verkündet wird, womöglich aber auch erst, wenn man weiß, in welcher Liga man spielt, aber erst recht auch klar geworden ist, dass man wirklich jedes Gerücht mit Vorsicht genießen muss, auch wenn man natürlich auch jedes Gerücht einordnen kann, denn natürlich hat das Gerücht nur Marco Antwerpen möglicherweise schon gezeigt, in welche Richtung Trainer es gehen wird, dass zum Beispiel vielleicht jüngere Trainer wie ein Bartosz Gaul, der im Profibereich noch keine große Rolle spielt hat, vielleicht nicht wirklich in erster Linie sozusagen die Wunschlösungen sind, sondern dann doch schon welche, die sie zumindest im Profifußball schon mal gezeigt haben. Aber Marco Antwerpen gehört wohl nicht dazu, wie eben verschiedene Medienberichte, unter anderem von Sky lauten, ist er kein Kandidat auf Schalke. Eure Meinung zu unserem Trainergerücht oder zu einem neuen Trainer? Geht mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf! Annelies Schalker!